Bei uns in Holland sagen wir Harzlecker, bei Piere sagen die Deutschen, und bei den Slaven sind sie bekannt als Nosferatu. Ich halte hier den Kaufvertrag mit einer adeligen Person aus dem alten Geschlecht der Orloks. Das Schloss ist kein guter... Norbertus! Na los! Sargs! Na sag schon! Du! Nost! 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 Nost!